Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. Finde Dr. Asili und folge und sprich mit Konstantin über die... Achso. Jetzt soll ich erst mal den Doktor finden. Gut. Dass es Gefangene gibt, das wissen wir ja jetzt. 90 Meter. Vielleicht kriege ich dann die Schlüssel. Ach, der ist da oben. Das habe ich mir schon gedacht. Das war einfach. Ja, es macht schon einen Unterschied, wenn man die Fähigkeiten richtig setzt. Also, wenn man richtig levelt. Ich habe jetzt den richtigen Kampfmarke. Oh, da ist das. Schlüssel, Geheimlabor, Zellenschlüssel 3 und Versuchslabor. War doch gut, hier reingeguckt zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, das sieht ja schrecklich aus hier. Guck dir das mal an. Uuuuh, der ist schon sowas von tot. These poor people lost their lives only a few hours ago. They could not survive this mutilating. Locked. Asili has locked himself in his office. The door is too thick. We must find a key. Dr. Asili's Forschungsunterlagen. Diese Schriftstücke beinhalten hunderte von kurzen, aber genauen Notizen, die emotionallos die Folter und die Experimente beschreiben, die die Gefangenen, Eingeborenen und Nauten erlitten haben. Einige Seiten wurden sogar mit Skizzen isoliert, die zeigen, wie Körperteile bei einigen der lebenden Personen amputiert wurden, um ihren Widerstand zu testen, sowie die Schnittzeichnungen der sezierten Teile von anderen Personen. Na, gucken, ob wir hier noch was drin haben. Ne, hier finden wir nichts mehr. Gut, das ist ja hier nicht schlimm. Ich hab hier einen Schlüssel. Echt nicht? I don't have the key. I don't have the key. I don't have the key. Die haben immer fehlt, einen Schlüssel zum Öffnen. Da muss man ja doch nochmal gucken. Eben hier. Vielleicht doch noch hier irgendwo? Ne, hier absolut nicht. Da muss ich doch noch mal runter gehen, um zu gucken. Hier ist sonst nichts, ne? Ich guck noch mal hier rein. Scheiße, ich krieg den nicht. Muss ich wahrscheinlich erst die Gefangenen befreien. Dann befreie ich jetzt erst die Gefangenen. Schloss Knacken 3. Kann aber noch nicht sein, dass das davon abhängig gemacht wird. So, wir haben hier erst mal... Hallo? Hallo? Äh. Okay. Was ist das denn jetzt? Oh, das wollte ich nicht. Ich kann gar nichts drücken. Was ist denn das jetzt für ein Keck hier? Na gut, ich muss mal eben kurz einen Cut machen. Halli. Halli. So, der Cut ist, äh, vorbei. Ja, ich bin auch wieder im Labor. Ich musste das Spiel wirklich, ähm... Es hat sich auch nicht mehr ganz normal beenden lassen. Äh... Ich musste komplett ausschalten. Keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall habe ich natürlich jetzt die Gefangenen nicht befreit, sondern ich bin wieder zurück im Labor. Das war der letzte Spielstand. Und ich habe ganz übersehen, das habe ich nämlich gerade, als ich noch mal testen wollte, gesehen, hier ist noch eine Tür. Und da gehen wir mal rein. Das war's. Wer bist du? Du hast kein Recht hier sein. Ich habe es geschafft, um Ihre Präsener zu retten, und ein Ende zu all den Hörern, die hier passieren. Oh. Ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Das alles zu weit ging. Dr. Asili, hier... Er hat seine Meinung nach lange Zeit verloren. Aber was hast du mit uns gemacht? Du verabschiedst dich. Dann glaube ich, er wird verabschiedet. Nein, bitte! Sie aufhalten, sie gehen lassen. Okay, pass auf. Ich glaube es, auf eine Art, weil man kann sich schon vorstellen, dass die Leute erpresst wurden. Also lasse ich sie gehen. Haben wir denn jetzt hier noch so ein Schlüsselchen für das Büro? Wahrscheinlich. Ja. Jetzt bist du geliefert, mein Freund. Ich bin der Legate von der Merchant Congregation. Und ich bin hier, um ein Ende zu Ihren Gründen. Ihn zu seiner Forschung befragen. Ja. 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 Er war sehr vorsichtig, wie ihr befohlen habt. Niemand sonst hat ihn berührt. Was? Ich muss dennoch zugeben, dass ich eure Bitte als etwas ungewöhnlich und gefährlich empfunden habe. Denn wir sind Verbündete der Kongregation und ich fürchte, sie würden unsere Verwicklung in etwas, das als Vergiftung empfunden werden könnte, nicht gut heißen. Hoffentlich werdet ihr in Zukunft diese Art von Mission selbst übernehmen, anstatt das Leben eurer Kollegen zu gefährden. Ich kann es nicht glauben. Konstantins Malakul wurde von einem Ja, und bei ihr hat das nicht funktioniert, weil sie ja von hier ursprünglich stammt und immun ist gegen den Malikor. Oh mein Gott. Einen defekten Mechanismus. Reparieren. Das kann doch nur der Mechanismus sein von unten, von den Toren. Gefangene befreien, Begefangene befreien. Ja, das mache ich jetzt auch. Da tue ich vorher abspeichern, Ich werde jetzt aber erst mal die anderen befreien. Ich werde jetzt aber vorher speichern. Oh. Ich werde jetzt nicht mehr, ich werde jetzt wieder von den Toren, was ich? Nein. Ich habe mir, zu schützen, zu all diese Horrors. Zu retten. Ich habe sie nur dass sie nur die Onolmenaui Ich weiß nicht, warum sie uns hier nabst, aber sie hat uns verabschiedet. Ich habe sie verletzt, einen Freund meiner Freundin in ein Stück. Geh uns aus hier! Drokkar! Ich finde... Diese Wissenschaftler haben wirklich all die Menschheit verletzt, um diese Leute zu behandeln. May die Grasse bleiben für immer so leicht unter Ihren Fuß. Ich dachte, dass ich meine Meinung in dieser Käse verletzt habe. Ich muss die anderen Präsenzieren. So, den habe ich. Die nächsten sind... Hoppala. Das war da. Da sind auch noch... Ne, von da kam ich gerade. Da hinten sind noch welche. Hier irgendwo? Da. 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 Ja, das ist warum ich hier bin. Und um zu finden, was ist passiert. Was ist passiert? Wir sind verabschiedet. Sie machen uns schreckliche Dinge. Wir sterben. Sie haben uns verabschiedet. Sie nehmen unsere Blut. Sie haben uns abgeschrieben. Sie sagen uns, wir werden sterben, um die Reneikse zu retten, aber ich hoffe, dass die Wurzeln die Wurzeln catchen und die. Bitte, uns hier raus. Ich werde mein Besten. Nein, keine Angst. Lass uns jetzt gehen. Ich will meine Menschen wieder sehen. Nur einen Moment. Ich habe noch nicht alle Präsentationen frei. Okay, letzter. Der, wo das Spiel gehangen hat. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch wieder gefangen. Aber sonst habe ich ein Problem. Dann kann ich die Quest nämlich nicht beenden. Ich tue nochmal speichern. Ich tue nochmal speichern. Ja, haben wir doch. Dieser Mechanismus. Wir haben doch dieses Zahnrädchen gefunden. Hier unten. Achso, ich muss da hoch erst. Ich hätte auch reparieren können. Ich hätte auch reparieren können. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt ist aber alles gut. Hier ist noch schön das Wässerchen hier. Oh. Oh, man. und die anderen was was wenn du wirst du wirst wirst du wirst wirst du wirst du du ich will manchmal das hier einfach nur aufnehmen du kriegst nicht hin ja wo landen wir denn hier ha 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 stärke level 3 mein gott wo müssen wir denn hier überall lang ansonsten hätte ich hier so lang gehen müssen okay oh oh die viecher die vorher so ein graus waren die kann ich jetzt mit leichtigkeit besiegen was jetzt habe ich mich gerade selber verwirrt hier jetzt müssten sie eigentlich in sicherheit sein eigentlich da you have saved our lives how can we thank you we will never forget what you have done for us on almanawi yes we will always be grateful we are not very far from the hikmat outpost you will have to be careful i know how to reach the port without being seen perfect as for you you should take refuge in vikshadir you will be safe there but you need to avoid the alliance patrols we'll get there qua avalem segven gut das haben wir erledigt jetzt müssen wir nur noch den gouverneur halt mitteilen was passiert ist okay we das die wir das aber Der Excellency. Lady De Sade, und zu was ich diese Honne? Ich bin zu Ossili's Laborator. Und was ich entdeckte, was abominable. Hundreds of poor souls tortured. Victims of horrifying experiments. There were so many dead, that a pit had been dug to burn the bodies. How horrifying. I cannot believe it. The natives were not the only victims of these crimes. There were also a number of Norts. Norts? Pardon me for doubting you, but do you have proof of what you say? And have you brought Dr. Ossili to me so he may answer these accusations? Yes. We captured him. Really? Very well. I will ensure that he is judged as quickly as possible. What was done with the prisoners that were being held in the laboratory? They were freed. The Denea Eggsregau are satisfied and should call off their attack. What a relief. Finally some good news. How can I repay you? By allowing me to take part in the trial proceedings. What I saw merits justice. And I fear that the accused will find a great many defenders amongst his fellow servants. It is a rather novel request, but granted. I shall inform the prosecutor. Let us remember that the madness of a man should not cast a shadow upon the greater sum of his work. His research is perhaps our only chance of discovering a remedy. No. So. Wo ist denn der Anwalt? Draußen. Wo ist denn der Anwalt? Hm. Da vielleicht? Da. Dass man einfach hier so reingeht. Hello. To whom do I have the honor of speaking? To Sade. I'm the legate of the merchant congregation. Governor Burren told me to pay you a visit. Oh. It is you who arrested Dr. Asili and must help me prepare the trial. Exactly. Excellent. We will have lots to do if we want the doctor to pay for his crimes. The accused has a lot of support. Any evidence and testimonies you can gather will be useful. We'll have no problem gathering witnesses. His laboratory cells were full of them. We will call them to the witness box, of course. But be aware that if the victims are natives, their words will unfortunately not carry much weight here. There were also some noughts. Perhaps I can also convince some of the doctor's colleagues to talk. Their testimony will be crucial. The word of other scholars is likely to be the only thing that condemns him. That plus any material evidence you can gather. I picked up a strange powder in the laboratory. A substance that I've not been able to identify. You should show it to an alchemist. We need to know what it is to be able to use it. These documents describe Dr. Asili's work, as well as the horrible experiments he was performing. Perfect. I will read them in detail. We will no doubt find something to support my prosecution. I have found a letter proving that Dr. Asili voluntarily transmitted the Malachor to my cousin, Constantin d'Orsay. I would like to add that I too was a victim of this poisoning. Did the accused try to take the life of the Governor of New Serene? This is an extremely serious crime. Indeed. He saw my cousin and me as the ideal control group to prove his theories. And no humanitarian or diplomatic consideration could put a stop to his ambition. This letter alone is crucial proof. I will put it on our file. Do we have any chance of winning? Yes, I am rather confident. You have provided overwhelming evidence. But if we had witnesses, we would have an even bigger chance of winning. I will return to you soon. Okay. Ähm. Wir gehen jetzt als erstes eine Nauten finden. Most of the time. Also, ich lasse mir hier auch... Das soll ich mir denken. Nee. Ich frage mir einen, auszuwenden. Moment mal, ich kann doch... Hier auch, wechseln. Nein. So, befrage einen Forscher. Ich befrage einen Forscher. Das ist hier irgendwo. Oh, hier ist auch noch was. Was ist denn hier? Ach, das ist meine Bude. Ich dachte gerade, hä? Noch einer ist hier unten. Ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.